Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit den üblichen Verdächtigen alias Mugway und die reizende Stahlheit. Und ich das Frau Stahlheit, ja. Ja, und Frau Stahlheit. Die entzückende Power-Ressour hat mir besser gefallen. Die liebliche Power-Ressour. Sie knuddelt erst mit dir und, äh, ja. Ja, ja, hm? Ja, was, was? Möchte ich dich aussprechen? Das gibt nach der Aufnahme Schläge. Ich hab dich noch nie geschlagen. Willkommen, Dr. Hart. Nur vergewaltigt, ne? Das ist ja was anderes, das gefällt dir nicht. Kannst du nicht sagen, dass es dir nicht gefällt? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hä? Weiß ich nicht. All die Jahre hast du mich vergewaltigt. Hat's dir noch nie mal gefallen. Wer mag denn schon gerne vergewaltigt werden? Ich meinst, ein einvernehmliches Ja. Achso. Einvernehmlich. Entweder erwischen uns die Verbrannten, die Bösen oder die Rats. Das war's noch. Giltiges Vox-Dolmetsch-Objekt gefunden. Übertragung eingeleitet. So. Stell ich mich hier in den Busch. Ja. Und ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach. Oh, verdammt. Da ist ein Siedler. Nein, Siedler. Sorry, aber ich brauche meine Quest. Ja, er kann mir jetzt nicht meinen Hund umbringen. Sonst muss ich mir andere Hunde suchen. Ja, natürlich sieht er mich. Du kannst weg. Oh, nee, das war ein Fuchs. Der andere Hund hing jetzt im Haus fest. Äh, schön. Jawohl. Jawohl. Sprengstoffe kaputt gemacht. Was hast du kaputt gemacht? Sprengstoffe kaputt gemacht. Also. Eigentlich nicht. Eigentlich hast du ihn nur eingesammelt. Ich hab ihn kaputt gemacht. Nee, du hast ihn nur eingesammelt. Du musst ihn jetzt noch zerkraften, zu sprengen. Und dann musst du ihn schmeißen. Und wenn er dann Puff macht, dann hast du ihn kaputt gemacht. Nee, ich soll mich in erinnern, dass er aber kaputt gemacht hat. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht Konzela. Doch, doch. So, was sind jetzt hier die Rattenhütte? Ich brauche eine kleine Ratte. Da wohnst du doch. Wie? Da wohne ich doch. Wo wohne ich? Ich bin doch keine Ratte. Ah, 30 Bots. Ich glaube, ich bin hier gerade ein bisschen falsch abgebogen, oder? Guckst du dir das Navi schon wieder nicht? Nee, Navi ist kaputt. Wurde ka... Ah, siehste, ich siehste. Aha! Giltiges Box-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Pass, gewone-shotted. Das ist nur ein Injektor. Mensch. Mit Gewehr-Perks halt noch gefährlich. Ja, und jetzt, Mausi? Na, ich küsse. Okay. Bitte fliegt weiter, bitte fliegt weiter, bitte fliegt weiter. Bitte fliegt weiter. Das ist mir zu riskant. Box-Übertragung erfolgreich empfangen. Wir wollen alle mich an der Quest hindern. So. Jetzt hindert mich keiner mehr. Hahaha. Noch eine 20-Minuten-Begrenzung. Nein! Ich habe eine Begrenzung. Kannst du mir die Begrenzung entheben, Maus? Nein. Okay. Jetzt vielleicht? Nein. Morgen? Nein. Übermorgen? Nein. Ich habe ein schweres, 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 schweres Bugsleben. Oh, shit. Ich habe es gehört. So. Ich habe hier nicht schon wieder alle in One-Schießen. In One-Schießen. In One-Eschießen. Ja, es war dumm, dich anzugreifen. Das ist klar. Genau. Setz dich hin. Ich setze mich auch hin. Du bist böse. Dann sitzen wir hier erstmal eine Wunde rum. Das ist gut. Oh nein. Das könnte schlecht sein. Aber sowas von. Ah. Das macht mir Angst. Keine Angst. Alles gut. Genau. Einfach liegen bleiben. Das ist die richtige Einstellung. Ich habe doch gar nichts getan. Das sind irgendwie auch schon süße Tiere, die Füchse hier, ne? Am wenigsten noch Fell. Oh ja. Nicht so wie die Hühnchen. Vielleicht behauptet es Langeweile. Wie die Eichhörnchen. Und es nicht in Ruhe. Box Übertragung erfolgreich empfangen. Und die drei Haare auf der Brust zähle ich nicht. Box Dermature Speicher voll. Bitte Holoband zur Verarbeitung und Archivierung der Daten zum Terminal bringen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer guten Arbeit, Dr. Harrison. Ja, das ist jetzt die letzte Quest. Dann habe ich alle Questen fertig. Juhu. Erzähl mal ganz schmal. Aber leider habe ich, glaube ich, die 700 nicht ganz geschafft. Na. 600 sind auch gut. Das heißt, ich kann gleich wieder gambeln gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und diesmal haben wir sogar noch einen mehr mit. Und der dann auch noch mal Daumen drücken kann. Da kommt dann der Doppelschuss, Gewichtsreduzierung, Hellstrom, Raketenwerfer raus. Hm. Mit Explosion. Das hat er von Hause aus. Also da gibt es keine Explosion. Doppel-Explosion. Doppel-Explosion. Oder vierfach. Nee, vierfach ist, wäre doof. Warum? Ähm, weil ich dann keinen Doppelschuss mehr kriege. Oder unkaputtbar. Unkaputtbar. Gibt es gar nicht. Spiel doch einfach mal mit, Mensch. Okay. Dann ist er unkaputtbar. Unkaputtbar. So. Letzte Quest. Jawohl. Geschafft. So, was haben wir jetzt hier noch offen? Gnadenloser Zensus. Äh, Hornstrauch sterben. Und... Nichts. Ach stimmt, ich muss ja sowieso nochmal einmal in den Foto... Einmal in den Foto-Modus und Fotoschießen, weil da fehlen noch Punkte. So, nochmal 250 Punkte ercheated hier. Na gut, dann machen wir halt einen gnadenlosen Zensus. Entzählen wir mal die Bevölkerung. Hier wird auch gleich schon geschossen. Wird geschießt? Wird geschießt. Hier wird zurück geschießt. Oder zurück explodiert. Mal gucken. So, Herr Volkszähler. Menschliche Lebensformen erfasst. Bürger gemäß Abschnitt. Ja, dann fangen wir mit Erfolg-Zählung an hier. Oh, Mokwe ist da. Denn doch nicht schießen. Also explodieren. Explodieren. Nein. 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 Schauen. Nein. Mousy ist auch da. Wenn da schon alle sind, bin ich nicht so allein. Ja, Volkszähler beschützen, ne? Das ist der, der so neben dir an dir vorbeilaufen möchte. Mops, 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 Mops. Mops, 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 Mops. Suche Lebensformen. Ja, wirst du hier gerade keine finden Hast du keine Lebensform? Nein Ich bin ein Turtle Das ist doch keine Lebensform Also immer wenn ich mich da hinten herauf stelle So dass das Geschütz Mich das immer wieder vermisst hier Böses Geschütz Pui Mache ich mir gleich einen Schmortopf hier Immer wenn man Wartepausen hat Alle zu looten Dabei kann ich mir das Looten gerade gar nicht leisten Das wird zu teuer Wieso? Kostet Gewicht Hast du kein Zell? Ja doch Aber das bringt mir ja nichts Weil ich so viel legendäres Zeug noch mit mir rumschlepp Und das Schlimme ist Ich werde da gleich noch mehr legendäres Zeug Reinpacken Muss ich mit dem Offscreen noch wie diesen Meter bewegen können Ach das wird überbewertet Okay Ach ja Am Erfolg Leben ist schon schwer Ohne Volk Muss auch cool sein Muss auch cool sein den ganzen Tag immer nur auf der Stelle hin und her zu laufen Ich find's langweilig Aber komm dann können wir Geben Sie sich zu erkennen Ein Dringling Der war nicht schlecht Ah Strahlenschlägerei Ja damit's jahrlange dauert Fasse interne Erwartungsdaten an Ja komm Werd fertig Was machst du denn mit Mausi? Strahlenschlägerei Nee Okay Macht Maugway mit Strahlenschlägerei Oh okay Machen wir Levelrunde dann Cool Was heißt das? Einfach nur hinstellen und alles umpesen Er nimmt eine Seite Ich nehm eine Seite Fertig Okay Und wenn's fehl schlägt Schlägt halt fehl Hauptsache wir haben EP gekriegt Also muss man sich nicht anstrengen Nö Gut Oh Maugway ist doch die letzte Folge Geschenketüte Die Fingerfalle Und Säureblocker Lade Zusätzliche Kreativität Subroutinen Und oh Konfetti Ich muss sowas von Nach Strahlenschlägerei Können ich jetzt hier nochmal Mobs spawnen In den letzten 10 Sekunden So bin ich gleich weg Und Attacke Ab nach Strahlenschlägerei Wo muss ich denn hin? Du kennst doch Strahlenschlägerei Das hast du schon so oft mit mir mal gemacht Einmal Das ist aber gelogen Aber sowas von gelogen Ich meine eigentlich auf welche Seite Kannst beide nehmen Kannst dir eine aussuchen Ist eigentlich wurscht beim Level Pass auf wo du hintrittst Da liegt überall Giftmüll Gibt's nur zwei Seiten jetzt Es gibt nur zwei Seiten Ja Es gibt einmal Eingang C und D Und es gibt einmal Eingang A und B Ob du's glaubst oder nicht Wir mussten hier erst eine Todeskralle verjagen Also willst du bei Moquay bleiben Okay Dann starte ich mal So Oh Hoffen wir uns meine Handmeters hinkrieg Ihr Überleben hat Priorität Vergesst das nicht Die Ghoulen wollen uns hier nicht haben Also sammelt so viel wie möglich Bevor sie uns überwältigen Kommt der Fleischkonserve Kann ich mir noch drücken Und jetzt los Nein irgendwas äh Fleischmäßiges Was mich noch bufft Äh Nö Nichts gekochtes Wir haben Gesellschaft Alles gut Jetzt geht los Ja Wir haben Gesellschaft Keine Panik Keine Panik auf der Zitanik Hinter dir Legendär Wir wollen nur unsere Ruhe Na Irgendwie Ich komme sonst nicht um die Ecke Ach Mensch Ja Ich habe gleich geblattet Jawoll Na Jetzt hänge ich hier fest Wir schaffen das schon Scheiße Aber ich würde hier mal runter Der will mich hier nicht oben haben Das war schlimm Genau Das war schlimm Verschwimmen Das ist nur ein normaler NPC Mausi Mausi Am besten Nicht da vorne stehen Weil so kriegst du nicht beide Seiten ab Du guckst nämlich immer nur in eine Richtung Ach Mensch Ich rutsche hier immer runter So musst du jetzt immer nur nach vorne gucken Die kommen von rechts und links Und der nach vorne Wenn der stirbt Ist das kein Nicht schlimm Ist kein wichtiger NPC Also der da Siehst du Jetzt stört er auch noch die ganze Zeit Ich schieße jetzt auf unsere Was war er denn jetzt Hast du das gesehen, Maus? Nee Der ist gerade einfach runtergelaufen Er schießt aufs Geschützturm Und dann Jetzt rennt er von rechts Die ganze Zeit Bei mir ist er unsichtbar Okay Wenn du es schaffst Hinten auch den Geschützturm Einmal reparieren Da hinten ist noch einer Ja, ja, ja Okay, die hängen jetzt da hinten Alle in der Ecke fest Oder wie? Okay Der Geschützturm ist kaputt Und macht den anderen jetzt kaputt Da haben wir das Nee, das war falsch Jetzt kommen noch Züchle-Mobs Ich schaffst mal auf den Geschützturm Da jetzt anzuschießen Wirst du mit um EP ist Oh, das ging Wir wollen einfach nur unsere Ruhe Ist das gut? Ja, er will einfach nur unsere Seine Ruhe Nee, der war ein Lägel hier Hier, das habe ich gehört Ja Ja, ja Dir habe ich es gezeigt Punkt klar So Na, kommt jetzt Die Wend kaputt Scheinbar schon Da kommt gerade wieder mal nichts Ja schon Zeit zum Film Verwende die Filter Um die Strahlung los zu werden Tja Wir haben es die Wend wieder mal kaputt gemacht Juhu Und sonst so? Ja Alles gut Also wenn 30 Sekunden nicht wieder läuft Dann ziehe ich mir Schlüppi an Und dann gehe ich sammeln Gute Arbeit, weitermachen Leute Weil irgendwie kommt da jetzt gerade gar nichts Verwende die Filter und die Strahlung los zu werden Ich habe zwar jetzt nur die Ultrazit bei, aber die reicht auch raus Ach So, wie war das? Da kommt nichts Die Wendung steht wieder bei uns alle am Lasterfest Wir schaffen das Cool bleiben Jetzt habe ich natürlich kein Sneaky Bonus Weil ich in der fettesten Powerarmung überhaupt bin Die könnt ihr mal meinetwegen umbringen Die habt sowieso hier Die werden wir in den Schuss rein So, jetzt gehe ich nochmal raus Er dreht sich Also ich nehme was Und hinter mir nimmt er mir irgendwas ins Loch Passt auch schon Ach, Mensch Ich würde da immer runter Warum denn heute immer runterrutschen? Na, halten, halten, halten Du erledigst mich nicht Da drückst sowieso nichts rein Und hinter meiner Power ist du hier nicht vorbei Oder was ist los? Mausi, du rennst mir immer in den Schuss So, dass ich immer dich treffe Ich versuche hier schon an der Wand zu bleiben Ja, vorbei Jetzt kannst du looten Ja, das ist ja jetzt auch nur eine Levelrunde gewesen Sonst kannst du schon looten ganzen Fleischhaufen wegmachen Fix jetzt hier so schnell wie möglich noch irgendwie durch Weil ich will gleich noch kaufen Und wir sind ja eigentlich schon links am Ende Also Geschützturm werde ich jetzt wohl wahrscheinlich nicht noch umlooten Wenn es da hängen bleibt Dann bleibt es da hängen Oh, Mini-Atombomben Der Trick am Plündern ist Plündere da, wo sonst keiner hin will Das ist wirklich ein wahres Wort Das ist ja so eine Art Giftmüll deponiert oder was Ja Ganz viel atomaren Müll sammeln kannst Da haben wir noch was Ich hoffe, ich komme hier wieder weg Sieht wieder sauber aus Sauber sieht auch viel schöner aus Ich will gar nicht wissen, warum du hier unten bist Ich weiß ja noch einer Jetzt geht's los Ich habe gehört, dass Karawanderaballet Einmal wegmachen Das ist gut für die Leute Und fürs Geschäft Schön viel nochmal Anstuff jetzt hier mitgenommen Hat sich auf jeden Fall fett gelohnt Und ich stehe eigentlich auch kurz vor Level Ja, ich stehe ganz kurz vor Level ab Da ist in der nächsten Aufnahmesession Ja Eine Quest und schon ein Level Nur uns auf der Beine Da habe ich sogar noch einen Lunchbox zum Co Aber ich glaube, die wird offscreen auslaufen Alleine schon durch das Schreddern Oder vielleicht haben wir dann noch 10 Minuten Mal gucken So, jetzt hier nochmal Kommt man noch nicht mal die Items richtig angucken Schöne Flaschhäufchen Hier Den auch nochmal Da haben wir auch noch einen Noch einen Ah, einen hier noch So, jetzt muss ich mal gucken Dass ich mich jetzt irgendwie noch Port bereit kriege Hier Das sind die Eule Das ist die Eule Die da immer rumsteht Richtig 430 genau Aber ich brauche noch einen Hirsch Ansonsten komme ich hier nicht weg Noch 101 leuchtendes Blut So, gegrillten Hirsch Den kann man auch wieder porten Denn jetzt schnell nach Rusty Peak Denn jetzt Scheine ausgeben Und danach nicht mehr vom Fleck kommen Wünsche ich mir auch So Jetzt Schauen wir mal Was für schönes kriegen Nochmal einen Glücksschluck Kaffee Und dann ziehen wir hier Eiskalt durch Legendäre Fernkampfwaffe Und wir kriegen Problemlösers Ultrazit Ne Noch einmal Und wir kriegen Anti-Rüstungs-Scouse-Gewehr Mit Nahkampfschaden Ne Noch einmal Jägers Plasma-Werfer Wird schlimmer und schlechter Mutantentöters Pumpgun Haben Ist jetzt alle Nahkampfschaden drauf gehabt Okay Antirüstungs-Minigun Die auch nichts ist Ah Lässt du mal Drücken, 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 drücken Oh, ja, ja, ja Berserkers Minigun Auch nicht das Richtige Schade Ja, die anderen Kriege ich jetzt noch nicht raus Weil ich glaube Meine Scheine sind noch nicht Zurückgesetzt Wollen wir hoffen, dass das heute nicht packt Gut Dann würde ich sagen War es das jetzt erstmal für diese Folge Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge Hoffentlich schon wieder Also schaltet wieder ein Und bis denn Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss